Ich bin wieder am Start und wir machen jetzt ein neues Video und eine kleine Challenge. Neu Schnick Schnack Schnuck, drei Runden und... Junge! Du zeigst doch unten. Neu Challenge Schnick Schnack Schnuck, drei Runden. Wer gewinnt, muss das nicht machen, wer verliert. Ich will das nicht machen. Okay, was ist noch hinter dir? Hallo Eddie. Dann muss jemand gegen eine Frau rennen und gegen eine Frau rennen und dann Entschuldigung sagen. Bisschen bei dir nach hinten. Entschuldigung, ich bin einfach schon gegen. Okay, dann fangen wir mal an. Ne, keine Challenge, wir machen das so. Doch, jetzt einfach schnell. Schnick Schnack Schnuck. 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 Ja, dreimal! Ja. What? Er muss... Nein, ich hab dreimal gewonnen. Dreimal ist gewonnen. Ich hab doch gemacht, dreimal. Ich hatte doch jetzt gerade... Ich hatte jetzt gerade hier Papier. Also, suchst du eine schöne Frau. Nein, ich hab... Doch, suchst du... Ich hab... Doch, 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 doch... Doch, nein, du. Achten, Otto. Du musst. Du musst. Ich hab gesagt, wer dreimal verliert... Nein, lass... Der muss. Schreibt in die Kommentare, wenn der das gesagt hat, dann geben wir dir eine richtig fette Bestrafung. Ich glaub, das wird dir in den Augen gehen. Du musst machen. Du musst machen. Ich hab gesagt, wirklich. Du musst machen. Ja, doch so dein Remi noch ein bisschen. Wenn du vielleicht ein bisschen was da hinten machen würdest, dann würdest du es kratzen. Dann machen wir es halt. Wo soll ich denn eine Frau finden? Es gibt die Leute. An der Ampel. An der Ampel. Da sind alle Menschen, das... Dann sag ich, ob sie ist mir aus dem Seen passiert. Oder ein Mädchen. Dann lass mich einfach filmen. Oder ein jungliches Wildschirm. Nein! Ja, da laufen tausend Mädchen rum. Doch. Nee. Doch. Nein. Nico! Also jetzt muss er es halt tun. Nee, nee, nee. Ja, okay. Hab ich gerade gefilmt, aber auch schon ist egal. Hab gerade ein Mädchen gefilmt. Nein. Die ist so jung. Muss mehr als 13 sein. Ey, stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Nein! Du hast nicht, du hast die Wand getroffen. Du musst jung, ne? Nein! Eine Frau, nein? Ich hab nur gesagt, eine Frau ist es eine Frau? Nee, komm, ich hab nicht immer noch hier. Wow, der hat dann eine Tür gekriegt und so, wow. Bravo, ne? Digga, du filmst immer so weit weg, dass er nicht die sieht. Ja, du musst es noch tun. Du bist so chill. Uah. Ups, die Hände ist mir hunge gefallen. Nee! Adi muss nicht ich das machen. Er sagt, ich muss machen. Aber er muss machen. Nein, sehr wohl. Ey, ich sehe noch nichts mehr. Du musst es tun, du musst es tun. Ah! Du musst es tun, du musst es tun. Ach, nee, Entschuldigung, die geht weg. Ach, nee! So good, ey! So good, ey! Ey, nein! Ey, wir haben uns verarscht. Wir machen das gleich mit einer Trink-Challenge. Ja, aber wir machen aber noch Dings. Trink-Tack-Tack-Tack-Challenge. Na, was? Das gibt's nicht mal. Doch, haben wir gestern mit morgen mit dir noch gemacht. Ja, Pech, wir machen aber das nicht mit einer Trink-Challenge. Ey, geh mal auf Ding, da ist so das und Junge und ich, wir tanzen da. Können wir gleich auch machen. Ich versieh dich nicht. Also, da können wir gleich auch machen. So eine Trink-Challenge. Digga, die dümmsten Sachen, die du dir ausdenkst, ne? Ja. Lunge, zeig nach vorne. Das machen eigentlich alle YouTuber, die zeigen auf den Boden. Ha! Okay. Ich frage mich noch, früher hat Leonard nie sein Gesicht gezeigt, ey. Unmerksam. Ah ja, ich wollte ja eh laufen. Ich weiß nicht, wie schnell man kann. Ich weiß nicht, dass ich mich vorlaube. Ich zieh. Jo, Leute, habt ihr gesehen? Der hat doch nichts gemacht. Hi Leonard! Dein Furz. Außer nur, äh, mit dem Knie, äh, in die Bummen gehen, äh, Tosche. Ja, jetzt kommt die Frau, die muss aber voll in deine Mitte rein, ne? Mit den Titten am Kopf. Nein, nicht das! Nein, du musst so reingehen. Nein, das nicht, das ist, das ist, das ist, das ist auch wie, das ist sexuelle Belästigung. Oh, scheiße, scheiße, toll, scheiße. Gegen Arme. Oh, oh, gegen die Aske. Ach, egal. Ach, egal. Ach, egal. Dann machen wir gleich Tansch-Challenge. Trink-Challenge. Ja, Trink-Challenge. Trink-Challenge. Wir gucken in der Küche, was wir haben und so. Was eklig. Ja, dann schreiben wir das auf so kleinen Zettel und dann packen wir das in so eine Dose, also in der Schüssel. Und dann müssen wir das da rauswühlen. Also dann müssen wir halt ein Pettelschieb ziehen und dann schlägt das halt da drauf, was wir im Feld in diesen leckeren Zettel reinpacken. Dann sehen wir uns gleich. Tschau. Tschau, Leute. Tschau. 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 Tschau.